Du hast dein Set abgeschickt und dich damit offiziell als potenzieller Lebensretter registriert? Doch was passiert eigentlich mit den wunderschönen Stäbchen, nachdem sie wieder bei der DKMS angekommen sind? Sie landen direkt im Labor, dem DKMS Life Science Lab. Hier werden deine Gewebemerkmale untersucht und bestimmt, und zwar ein ganz bestimmter klitzekleiner Teil, die HLA. HLA steht übrigens für, Achtung, Humane Leukozyten Antigene. Diesen HLA-Teil gibt es in tausenden verschiedenen Kombinationen. Genau deswegen ist es auch so schwierig, den perfekt passenden Spender zu finden. Stell dir einfach vor, für eine Stammzellspende müssen die Gewebemerkmale von Patient und Spender ganz genau zusammenpassen. Sobald deine HLA-Merkmale bestimmt wurden, bist du in der Datei als Spender registriert. Das bedeutet, ab jetzt läuten sofort die Alarmglocken, sollte jemand genau deine Stammzellen benötigen. Achso, und deine persönliche Spenderkarte kriegst du natürlich auch noch. Das kann ein bisschen dauern, weil die aus Kostengründen immer in großen Stückzahlen produziert werden, aber nach acht bis zwölf Wochen solltest du die hier in den Händen halten. Die DKMS arbeitet aber nicht nur wissenschaftlich gründlich, auch Datenschutz wird ganz groß geschrieben. Deine Daten werden pseudonymisiert. Das heißt, sie kommen nicht unter deinem, sondern als Buchstaben-Zahlencode, eine Art Decknamen, ins ZKRD, das zentrale Knochenmark-Spenderregister. Und nur damit du dir keine Sorgen machst, es werden wirklich nur die Daten erhoben, die für eine Spende von Bedeutung sind. Beim ZKRD laufen alle Daten aller Spender aus ganz Deutschland zusammen. Und wenn jemand dich und deine Zellen ganz dringend braucht, bekommt die DKMS eine Info und meldet sich bei dir. Direkt, auf allen Wegen, per Telefon, Mail oder Post. Was passiert, wenn du tatsächlich als Spender in Frage kommst, das siehst du im nächsten Video. Dafür einfach hier klicken. Und wenn du dich jetzt direkt als Spender registrieren lassen willst, dann klickst du hier.